Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video und zwar im ersten Video im Jahre 2023 vom Team Zen Garden Paraguay. Erstmal ganz, ganz lieben Dank für all eure Views und eure Kommentare und Daumen hoch im letzten Jahr und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dieses Jahr damit fortfahrt. Dieses Video habe ich auf Anregung, würde ich sagen, von einem Kommentar von einem von euch gemacht und zwar hat mich Klaus gefragt, was denn aus den Bäumen geworden sind, die wir vor zwei Jahren als Jungbäume eingepflanzt hatten. Und ich erinnere mich sehr gut an dieses Video, denn es gab ganz, ganz viel Kritik darüber von neu eingewanderten europäischen Gärtnern, die meinten, alles, was in Europa gilt, gilt auch hier und sie wissen alles besser, ohne sich irgendwie vorab informiert zu haben. Von daher freue ich mich jetzt sehr, euch das zeigen zu können, was dabei rumgekommen ist und wir sehen uns gleich im Video mit den Ergebnissen. Und natürlich, auch wenn euch dieses Video gefällt und auch der Inhalt, freuen wir uns über Kommentare und auch über Daumen hoch. Also bis gleich! Übrigens, dieses erste Bild ist der Sengarden, der Gartenteil vom Sengarden in der Abenddämmerung. Das gelbe Licht ist die untergehende Sonne und das so grünlich-bläulich-schimmernde ist eine unserer Solarlampen und darunter seht ihr den Buddha mit seiner Beleuchtung. Das hier ist das Avocado-Bäumchen, das uns eine Nachbarin geschenkt hatte und das ist auch noch genau dort, wo es angepflanzt wurde. Allerdings hat es im ersten Jahr insofern Pech gehabt, dass die Blattschneiderameisen drüber hergefallen sind und es dann eigentlich kaum noch Blätter hatte. Wir haben es dann sehr gepflegt, haben immer wieder Kompost hingetan und es ist dieser wunderschöne Baum bisher geworden. Um euch einen Anhaltspunkt über die Größe zu geben, die Mauer im Hintergrund ist auf der Seite 2,80 Meter hoch und ihr seht, der Baum hat jetzt also gut schon über 3 Meter. Den müssen wir jetzt dann demnächst im Herbst etwas zusammenschneiden, damit er einfach eine schöne Wachsform hat, aber ihr seht, eine Riesenentwicklung bei diesem ersten Baum. So, das ist jetzt der Avocado-Baum, den ich aus einem Kern gezogen hatte. Der muss genau wie der andere etwas geschnitten werden. Auf der Seite hat die Mauer eine Höhe von 2,60 Meter und dieser Pfosten, den ihr da auf der rechten Seite seht, der liegt so bei 1,80 Meter. Also auch da seht ihr, der Baum hat sich richtig, richtig gut gemacht. Unsere drei Lapacho-Bäume mussten wir alle umpflanzen, denn da, wo wir sie hingepflanzt haben, sind zum Teil dann andere Sachen hingekommen, unter anderem unser Spa-Haus. Der erste hier, der hat den Umzug richtig gut gemeistert. Ihr seht, also das ist der größte, hinten die Mauer hat eben immer noch ihre 2,60, das Hausdach und er ragt drüber hinaus. Er hat eine schöne Form, er wurde, zwei, drei Äste wurden im unteren Bereich geschnitten und natürlich wird er auch immer noch über das Rohr in der Erde weiter begossen und auch über oben, beides wie gehabt. Der nächste Lapacho, den hat es einmal gerissen. Den mussten wir auf 50 Zentimeter runterschneiden, weil er von einem Schwarm Wespen angegriffen wurde. Die haben wie so eine Art Traube dran gebildet und ein paar Tage später ist von der Stelle, die sie angegriffen hat, nach oben und nach unten, der ganze Stamm abgestorben und bevor es weiterging, haben wir dann einfach wirklich beherzt geschnitten. Aber immerhin ist er jetzt auch schon wieder so knapp zwei Meter hoch gewachsen. Es war so im ersten Jahr und er hat es überlebt. Dieser hier war übrigens, also der zweite, war übrigens vor dem Schnitt der größte von allen dreien. Also der wäre jetzt schon ein ganzes Stück höher als der erste. Der hier war damals der kleinste, der war irgendwie nur 15 Zentimeter hoch, hat jetzt im Prinzip auch schon eine stattliche Höhe von 2 Meter bis 2,50 Meter, ist ein bisschen karger, steht auch mehr im Schatten, aber auch der wird immer regelmäßig eben mit Kompost angehäufelt unten am Stamm und natürlich über sein Rohr, das er hat, gegossen. Ja, das war es soweit zu den Bäumen, die wir damals vor zwei Jahren in dem Video gepflanzt hatten. Wir haben inzwischen auch noch andere gepflanzt, wie eine Guave, ein Limonbaum, eine Acerola-Kirsche, die übrigens dieses Jahr das erste Mal getragen hat. Ja, wir pflanzen immer wieder Bäume, immer nach der gleichen Methode und ich kann nur sagen, sie kommen richtig gut und sie wachsen. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt dran, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Ansonsten bis bald wieder in einem neuen Video und wenn ihr Anregungen habt, so wie Klaus und habt Fragen zum Zen-Garten oder möchtet irgendwas auch in einem Video sehen, lasst es mich wissen, auch wenn es darum geht, Ausflugsziele und, und, und. Da werden wir natürlich immer wieder welche machen, wie wir es schon gemacht haben, zu den Restaurants, zu den Einkaufsmöglichkeiten. Wenn ihr besondere Wünsche habt, lasst es uns wissen. Also in diesem Sinne ein schönes neues Jahr und bis bald wieder, euer Team vom Zen-Garten Paraguay.